Unsere acht Damen, die finale Wahl! Natürlich! Senior! Dankeschön! Applaus Es hat sich jetzt natürlich auf meinem Zettel nichts verändert. Dritte mit Germany. Mit 220 Stück. Statt im Rund. El Sarah Strauss! 20 Stimmen mehr. Von 220 auf 240. Vize-Fest-Jersey 2017. Für 240 Stimmen. Ich kann mal sagen, aus meinem Bundesland, Anstatt Nummer 15, Aleksandar Rogović! Anstatt Nummer 15, Aleksandar Rogović! Anstatt Nummer 15! Anstatt Nummer 15! Anstatt Nummer 17! Und sie ist auch gleich morgen mit dabei, beim Siegershooting. Und die Siegerin verkündet Michael Mann. Ja, das Bundesland hat auch einen Freizeitpark. Seit letztem Jahr haben wir auch ein paar Kreizanlagen. Und das ist ein Freistaat. Der geht mit dem Inneren des diesjährigen Jahres in Startnummer 16, Soraya Bohrmann. Vielen Dank.